Willkommen zu Teil 2 unserer kleinen Videoserie Entspannt in die Prüfung. Hier geht es um Gebet und Meditation und nicht um eine Weltanschauung. Eine Weltanschauung ist immer eine Anschauung der Welt und nicht die Welt selber. Und darum geht es hier überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass der Glaube eine der größten Kräfte ist, die ein Mensch besitzen kann. Und deswegen empfehle ich zu glauben an was auch immer. Und ich empfehle Gebet oder Meditation, um innere Ruhe zu finden. Und das kann für eine Prüfung sehr, sehr, sehr hilfreich sein. Es hilft einfach zu glauben. Ob man das intellektuell erfassen kann, ist eine zweite Frage. Aber es ist immens hilfreich, weil der Glaube eine große, große Kraft hat. Ja, das war es schon wieder. Schauen Sie mal unter spaßlein-denk-shop.de. Dort finden Sie Lernhilfen, Video-Coachings, um sehr, sehr schnell und effizient zu lernen. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video. looked an der, Klicke live. Hören Sie mehr. есaries. R hilfreich. Als propio Luan-Cast ist für deine Germo. Bisules Ver Opa. Untertitelung des ZDF, 2020